Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, endlich, Schwiegertochter gesucht ist Back. Obwohl Moderation Vera Intveen, 56, das Mikrofon an Angela Fingererben, 44, weitergegeben hat, fühlt man sich zum Auftakt in kultige Folgen zurückversetzt. Atemberaubende Alliterationen versüßen das schicke Schauen. Und beim Keckenkandidaten Sascha, 35, fühlt man sich wie im heimeligen Hühnerstall. Im sagenhaften Sauerland wohnt der fröhliche Fleischer Sascha, 35, der schon seit zehn Jahren Single ist. Ich hatte bis jetzt nur falsche Beziehungen, die nicht von Zeit waren und auch nicht richtig liefen. Jetzt ist es Zeit, nach oben zu gucken. Mit Unterstützung seiner modernen Mutter Regina, 58, soll es endlich klappen, unter die Haube zu kommen. Und der sensible Schlagerfan denkt, dass er gut ankommt, ich schätze mal, zwei, drei Frauen kommen bestimmt. Angst, dass gar keine kommt, hab ich nicht. Von seinem appetitlichen Arbeitsplatz bringt der sympathische Sauerländer wohlschmeckende Wurstwaren und Angela Fingererben mit nach Hause. Und präsentiert der Moderatorin direkt den besonderen Begrüßungsbrauch mit seiner Mama. Der mutige Metzger und die herzliche Hausfrau gackern sich wie Hühner an. Auch die 44-Jährige gackert kurz mit. Und wir merken, die alten Schwiegertochtergesuchtzeiten sind zumindest teilweise zurück. Schwiegertochtergesucht bei RTL, namhafter Nudelsalat, superschönes Zeichen von ihr. Mit ihrem rollenden Reisegepäck kommt die junge Jana, 27, aus dem reizvollen Ruhrgebiet als erste an. Die bewundernswerte Bäckerei-Verkäuferin haut Sascha direkt vom Hocker, wow, die ist aber hübsch. Es war direkt ein wärmendes Gefühl. Aber auch die selbstbewusste Sarah, 39, hat sich auf den munteren Mit-30er beworben, hat direkt mal namhaften Nudelsalat aus dem seriösen Sauerland angeschleppt. Regina freut sich über das Mitbringsel, superschönes Zeichen von ihr, macht auch nicht jeder. Jana sieht in der angekommenen alten Pflegerin eine Konkurrenz. Zu Recht. Denn Sarah will es, pack es und ich kämpfe. Die 39-Jährige begeht aber einen fulminanten Fehler, gibt Regina für ihren ebenfalls hergestellten Nudelsalat einen Kuss auf die Wange. Die will sich einschleimen, hat die 58-Jährige die bombastische Bewerberin durchschaut. Sie können die Barsch-Kuss auf das Elmhnhalt nicht nehmen. Sie können die Barsch-Kuss auf die Wange, schäuern, verabschaut. Ich kann die Barsch-Kuss auf die Kuss auf der Leyen-Mann schäuern. Sie können die Barsch-Kuss auf das Elmhnhalt nicht nehmen. Die haben die Barsch-Kuss auf die Leyen-Mann gesختelt. Untertitelung des ZDF, 2020